Ja, kommt der... Ähm... Oh! Äh, verrückt? Ich bin ein Stück wunderbar. Ja, servus Leute und willkommen zurück zu einer weiteren glorreichen Folge Let's play Minecraft together. Und wieder mit dabei ist der liebe Noah. Hallo. Und der Thorben. Hallo. Heute ist es sehr groß gemacht. Ja. Ja, aber... Also was in jedem Fall in der ersten Folge angesprochen wurde, dass wir sehr unterhaltsam sind. Das hoffe ich doch. Ähm, Leute, nicht wunderbar, warum ich nochmal an GameMod gehe. Weil, äh, auf diesem Server waren ja schon Leute drauf. Und da haben die nicht sehr viel Schätze gebaut. Also stattdessen müssten wir nur mal alles aufbauen. Ich hab bei meinem Haus eben noch einen Fehler gesehen, was ich verbaut hatte. Ja, lass uns mal ganz kurz, äh... Ja, lass uns mal ganz kurz, äh... Bei mir steht noch mein Flex-Lobby. Ja... 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 Ich geh jetzt sehr tief runter. Vorsicht. Ja, komm, geh mal, komm. Ich soll erstmal mein Zeug holen. Oh, da drüben ist ein Flug. Wenn ich runterfallen sollte, holst du mein Zeug. Ich spring auch runter. Nein, mein Schiff ging nicht! Oh, oh, oh... Was macht ihr denn da? Ach, nix! Ja, also lasst mich euch ganz kurz erklären. Das war nämlich, ähm... Wir sind... Oder, du hattest das ja rausgefunden, dass immer zwei Leute auf dem Server, die ich überhaupt nicht kannten. Und uns gewundert hatten, wo die die IP her hatten. Das Problem war... Sie betonten, sie hatten es von Nitrado. Und ich hatte diesen Vorfall schonmal mit dir, weil du hattest ja schonmal einen Server gemietet. Da waren dann später, weil wir in ein paar... längere Zeit offline waren auf dem Server, äh... Hunderte von anderen Leuten auf dem Server drauf gewesen. Da ich eine Liste geguckt hatte. Wer warnt sich, wo registriert hat und neu angebildet hat. Ja, irgend sowas. Ich denke mal, wenn Nitrado merkt, dass der Server für eine gewisse Zeit offline ist, dann schreibt sie die IP öffentlich. Dürfen die gar nicht machen. Ja, aber irgendeinem Stück muss es ja haben, dass die Leute hier das IP haben. Und wenn sie sonst her haben... Ach, hier ist Eisen. Ich baue hier auch schon die ganze Zeit ab. Oh nein, es wird dunkel. Fuck, meine Spitzhack ist kaputt. Nein, meine auch. Aber das Eisen habe ich noch abgebotten. Ja, ich habe noch 10 Eisen bei mir, äh, Philipp. Moment mal, wie kommen wir jetzt hoch? Ja. Ist da irgendwo... Da war doch Wasser. Ich habe nicht mehr Essen, doch ich habe Essen. Aber... Da geht es ja hoch. Ja. Komm schon, das schaffen wir. Ist ja wenigstens Erde oder sowas. Hast du was mit Cobblestone oder sowas? Ein Block. So, jetzt bin ich mir zufrieden, so wie weit es bis jetzt war. Ja, ja. Wir haben gerade ein kleines Problem. Das wäre... Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Komm, komm mal zu mir. Ja. Äh. Noah, kannst du Blöcke runterwerfen? Warte mal, warte mal. Ja. Äh. Noah, kannst du Blöcke runterwerfen? Du bist... Wenn du vor meinem Haus stehst, ein Stückchen links. Links von meinem Haus irgendwie. Also X minus 165, Z minus 29. Warte, 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 warte. X minus? X minus 165, Z minus 29. Äh, ich will raus hier. Ja, wo lauft ihr denn da hin, bitte? Ich will raus, Dom. Ich will raus. Hast du mich gerade gehauen? So ein Arsch. So ein Arsch, scheiße. Wie soll das sein? Ich komme gerade, warte. Tom hat mich gekillt. Ja, ich bewege es bei meinem Haus. Wollen wir hier unten versauern lassen, Philipp? Nein, ich will noch mein Zeug quitter. Da war ein Eisenschwert bei. Komm, wir killen Tom. Dann ist er wieder zu Hause. Siehst du mich noch? Dann hab ich mich hochgebuddelt. Da vorne muss er irgendwo sein. Das geht nicht. Ist nicht okay, Tom. Müssen wir hier runter? Nein, hier lang. Wir bauen uns Tom entgegen. Da kommt nicht mehr los. Ich bin schon mal unten. Da muss komm jetzt dort. Das ist. Ich bin schon mal unten. Da muss komm jetzt dort. Das ist. Ich bin schon mal unten. warum bist du noch da unten, ich hoffe es doch oh fick dich Noah mann du bist echt schon ein kleiner Schawin, Philipp, Schawin Mann, Alter das war jetzt echt unnötig Siggi, Siggi Philipp, wo bist du ich komme jetzt gib mir meine 10 Eisen wieder die kannst du haben und dann ist das das war dann aber 13 Eisen, Tom, Philipp ja, ein Eisen von mir achso nee, zwei, zwei Eisen habe ich abgeholt fahrerweise muss ich sagen kommt her und ich hätte gerne meine 12 Level wieder die habe ich jetzt ich hatte ein Eisenschwert Kohle, machen wir einfach Hälfte, Philipp, weil da haben wir meine auch noch dabei das war deins, das war deins das war deins das Holz war, nee, aber das Holz war nicht deins ne, das kannst du aber auch wieder haben also ne Schaufel hatte ich nicht ne, doch, hatte ich was ist denn noch nicht? eine Axt, eine Axt habe ich noch, ne? oh, hä? ich bin Kurschubser ok, dies so, das war's nur warte, ich hatte du hast noch, äh, zwei, ich hab nur drei Steaks hier, drei Steaks werf ich noch hin ja, den Rest hab ich hier Knapp, geh, ist er so Leute, da mach ich den und Leute, da sind wir wieder zurück so, wir sehen uns langsam dem Ende zu, der Tag und Tom, was machst du in meinem Haus? ich baue an ach so, wir haben aber schon ja, ich, ich will auch für mich mal anbauen ja, ja, ist sehr gut ähm, diese hellen Stellen, die ihr bei mir im Schraderpack seht in meinem Haus das sind die Brandstellen, wo die Politypen hier auf unsere Häuser angebrannt haben wir haben uns nicht mal die Mühe gemacht, das abzubauen und dann einfach ein Feuerzeug machen weil wir so blöd haben, weil wir alles auf Holz gebaut haben ja bei einem Haus, was ich auf meinem Haus sehr gut bebrannt äh so 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 Also aktuell müssten, denke ich mal, vier Folgen draußen sein oder fünf. Also jetzt gerade aktuell, wenn das Video aufgeladen ist, dann wird es natürlich wesentlich höher sein, die die Anzahl der Folgen. Äh, hat wer drei Kabel für mich? Ja, hast du genommen oder hatte ich? Äh, ne, du hattest gar keins. Äh, 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 was wollte ich denn? Ja, ich auch. So, das. Das und... Wieso auch friedlich, Noah? Achso, weiter. Wir waren auf normal oder einfach wenig. Mach auf normal. Ich bin ja mal auf schwer. Witz, äh, Noah, ist das dein Ernst? Wieso? Ich hab nur auf schwergestellt. Oh, warte. Warte. Wie entscheide ich jetzt, Mann? Ich will ja nicht in der Höhle gehen, ich gleich sterben. Okay. Ich rieche. So ist die Sonja, so fertig. So runter gefallen. Und Skelett, or one hit, Toast. So, wann die Höhle gehen, Toast? Äh, nein Noah, du hast Full Iron, du kannst nicht mit. Nein Noah, du kannst nicht mit, du hast genug Zeug. Dreckstecker, ich hab gar nix. Ich schwöre, gar nix. Nein, du hast überhaupt nix. Nein, nein. Ich hab nur eine Einsrüstung gemacht am Anfang vom Farm, wo ihr oben euer Haus gebaut habt. Ich mag es nicht, wenn man mich von der Seite anmacht. Ja Leute, das ist nach dem Cut, da hat sich die Fatschette gestaktiviert. Warum nur? Ja und Tom, seine Hose sieht von hinten nicht mehr so schön aus. Er hat gar keine mehr an. Die ist auf einmal weg gewesen, Junge. Aber mein Oberteil ist noch an, weißt du? Komm, mach hin jetzt. Hast du was zu essen bei? Oder hast du was zu essen? Ich hab nur noch zwei Snakes. Ja, ich hab drei. Vielleicht irgendwo jemand was finden? Noah, hast du noch was? Aber das ist doch ordentlich. Die Felder brauchen ewig. Ich hab Knochen. Hat der Knochenmehl? Ja. Doch, ich hab zwei Knochen. Ich guck mal nach. Da hat sich mein Blätter nicht mal angeschaut. Ich hab über drei Knochen. Uuuuuh. Ja. Ja. Ja.